Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich dreckige Schuhe wie bei mir hier zum Beispiel in deiner Waschmaschine wieder richtig waschen kannst, dass diese danach einfach wieder sauber sind. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es verschiedene Methoden, solche dreckigen Schuhe wieder sauber zu bekommen, doch ich habe mit der Waschmaschine bisher immer gute Erfahrungen gemacht und das mache ich eigentlich auch so, ich glaube zweimal im Jahr ungefähr mit meinen Schuhen und danach sind diese einfach wieder komplett sauber. Hier muss man davor aber ganz klar sagen, dass bei solchen Stoffschuhen bzw. Schuhen aus Synthetik gar kein Problem ist in der Waschmaschine das Ganze hier sauber zu machen. Wenn du jetzt jedoch Lederschuhe hast oder vielleicht Schuhe, wo überall so Aufkleber, Glitzer oder vielleicht sogar irgendeine großen Schuhschnallen dort sind, dann kann ich dir die Waschmaschine auf gar keinem Fall empfehlen, denn hier kann es sein, dass entweder die Schuhe kaputt gehen oder die Waschmaschine darunter leidet. Doch bei solchen Sneaker jetzt zum Beispiel bei mir hier ist das Ganze gar kein Problem. Doch genug zur Theorie, jetzt fangen wir mal an. Zuerst sollten wir unbedingt die Schnürsenkel und vor allem auch solche Einlegesohlen hier drin raus machen. Ich habe bei mir jetzt leider keine Einlegesohle drin und meine Schnürsenkel habe ich hier abgeschnitten und zusammengeknotet, da ist es mir so einfach besser gefallen, weswegen ich diese drin lassen muss. Wenn du diese aber raus machen kannst, mache sie bitte raus. Außerdem solltest du vor dem Waschen vielleicht mal im Waschbecken schauen, dass du so grobe Teile wie bei mir jetzt zum Beispiel mit der Erde oder vielleicht sogar, wenn hier irgendwo so kleine Steine drin sind, dass du diese unbedingt entfernst. Denn wenn diese in die Waschmaschine kommen, dann tut das der Waschmaschine natürlich nicht wirklich gut. Danach geben wir unsere Schuhe hier einmal in einen speziellen Schuhsack rein. Dieser ist extra für die Waschmaschine geeignet, hat einen Reißverschluss hier oben. Und wenn du jetzt da keinen so einen Schuhsack zu Hause hast, was ich bei den meisten jetzt einfach mal vermute, entweder du besorgst dir so einen, kann man wirklich immer gebrauchen, ein cooles Teil, oder du nimmst einfach von einem Kissen einen Kissenbezug her. Nur, du musst schauen, dass das Kissenbezug danach natürlich auch verschließbar ist. Und jetzt können wir diesen Sack bzw. das Kissenbezug einfach mal in die Waschmaschine geben. In den Schuhsack kommen übrigens auch noch die losen Teile, wie zum Beispiel die Schnürsenkel mit rein. Wir biesen also in die Waschmaschine und schließe das Ganze. Jetzt kommt der wichtigste Teil, die Einstellung bei unserer Waschmaschine. Ich verwende gerne hier unten fein bei 30 Grad. Du solltest schauen, dass es ein Schonwaschgang ist und auf keinen Fall über 40 Grad drüber geht. Das ist wichtig. Danach noch schauen, dass du unbedingt die Schleuderzahl hier drüben so niedrig wie möglich machst. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel auf 1000 Unterregungen pro Minute gewesen. Jetzt läuft 0 unten. Das ist auch wichtig, dass die Schuhe natürlich nicht so stark hin und her schleudern. Das brauchen wir nicht. Und noch darauf achten, dass du auf gar keinen Fall irgendeinen Weichspüler verwendest. Diesen stellen wir gleich mal weg. Denn Weichspüler hat einfach die Funktion, dass es sein kann, dass sich sogar der Kleber bei deinen Schuhen hier unten bei der Sohle auflöst. Und das möchten wir auf gar keinen Fall. Deswegen ganz normales Waschpulver nehmen, hiervon etwas reinmachen, die Schublade zu und dann können wir unsere Waschmaschine auch schon starten. Bei mir hat der Spaß jetzt ungefähr eine gute halbe Stunde gedauert und ich hoffe, du kannst erkennen, hier unten ist es wieder schön weiß geworden von meinen Schuhen, so wo es sein sollte. Und die ganze Erde vor allem ist auch weg. Also genau das Ergebnis, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Jetzt müssen wir diese Schuhe natürlich noch trocknen lassen, denn diese sind wirklich sehr nass. Das Trocknen sollte übrigens an der Luft draußen geschehen. Hierbei jedoch darauf achten, dass du keine direkte Hitzeeinwirkung hast. Also draußen auch nicht direkt in die Sonne stellen, das tut den Schuh nicht wirklich gut. Und wenn es zum Beispiel Winter ist, innen auch nicht mit dem Föhn die ganze Zeit hier reinföhnen oder direkt auf die Heizung stellen, sondern eher nur in die Nähe von dem Heizkörper geben. So wird dein Schuh wieder trocken und vor allem wird der Stoff da bzw. das Material nicht darunter leiden. Als kleiner Tipp noch, du kannst übrigens auch Zeitungspapier oder so ein Küchenpapier hier nehmen, etwas zusammenknüllen und dann dieses schön in deine Schuhe reinstopfen. Hier natürlich ein bisschen mehr noch reintun und dann mit der Zeit immer wieder auswechseln, wenn dieses Papier feucht ist. Wenn du es zu lang drin lässt, dann fängt es zum Schimmeln an, was wir natürlich auch nicht wollen. Aber so werden die Schuhe nochmal schneller trocken. Zum Schluss, wenn der Schuh dann trocken ist, solltest du diesen am besten noch impregnieren. Also mit einem speziellen Impregnierspray für Schuhe hat einfach den Vorteil, dass der Schmutz danach nicht mehr so leicht haften bleibt und du deswegen diesen Schuh nicht jede zwei Wochen in die Waschmaschine geben musst. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn du diesen Schritt abgehakt hast, dann ist dein Schuh durch die Waschmaschine auch wieder sauber geworden und hält vor allem auch eine Zeit lang wieder. Wenn dein Schuh jetzt übrigens schon sehr alt ist und sogar nach der Waschmaschine nicht mehr wirklich sauber ausschaut, dann kann ich dir nur die Empfehlung geben, dir einfach einen neuen zuzulegen. Wenn du dir jetzt so einen neuen Schuh kaufen möchtest oder vielleicht sogar so einen Schuhsack, eine neue Waschmaschine oder vielleicht auch ein Impregnierspray, dann kann ich dir wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis von Markenherstellen und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.